Es sieht aus, dass David seine Fahrzeugehörungen hat. Vielleicht gibt es einige neue Beispiele daran. Es gibt mehr zu David Madsen, als die Augen zu treffen. Er sollte diese Lieder für die Wahl zu Ende. Was macht David für Nathan? Und was macht sein Vater für David? Das kann man auch schon. Wir haben ja eigentlich alles angeguckt. Either Chloe stole another gun, oder David is out there armed. Oh, that makes me sad. It was so incredible to see William again. I wish Chloe could too. Surveillance cameras at Pan Estates? David must be working for the Prescotts too. Ja, das wundert mich gar nicht mehr. Should I have signed a petition? Blackwell sure isn't safe and private anymore. Wow, that is a serious padlock on that locker. Hey David, whatcha hidein? Benutzen. Genau, da brauchen wir ja den Zahlencode. For once I don't have time to search for the code. I need to find a way to break this padlock. Oh, look at the baby blue jay eggs in the nest. I better move his plank if I want to take the shot. This plank is good for nest protection, but bad for a nest photo. Excuse me, just one picture please. Click. Another photo from my Arcadia Bay Wildlife Series. I don't know how far we are now in a walkthrough. Tagebuch. Und hallo erneut David. Nächste. Ich war noch nicht so froh gewesen, Chloe zu sehen. Achso, ja. Ja, genau. Bis dahin haben wir ja alles gelesen. Bis jetzt noch nichts neues. Da steht ein Rucksack. Da ist eine Tür noch. Die können wir ja mal aufmachen, weil die kann man ja von der anderen Seite nicht aufmachen. Das ist ziemlich super. Und super sicher. Ähm. Aufbrechen. Die werden doch hier sicher irgendwas haben. Ich wundere, wenn David zur Party geht. Ende der Weltparty. Da haben wir nix drinnen. Hier oben auch nix. Aber hier. Okay. Ich kann diese Krobar nutzen, um die Locker zu öffnen. Sorry, David, aber... Ich hoffe, du würdest das gleiche als ich machen. Jetzt bin ich gespannt. Ein Buch. Oh. Maps, Noten, Koordinaten. Fotos von Kate, Nathan. Oh, ja. Was? 517, Blackberry Parkplatz. Sie weiß etwas. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Was? TVN, PKS, 30.09.2013. 9.44. Breitengrad. Was? Wozu? Wofür? Für wen? Wie viel zahlt denn der Prescott dafür? Für die Daten? Statt einzuschreiten... Nö, erst mal Foto machen für Instagram. So typisch. Was? Was? Ray, me, pay up. Rachel, was? Ne, keine Ahnung, was da steht. Richtig hässliche Kamera. Was zur Hölle? Wenn ich das finden würde, ich würde wahrscheinlich... Genau, dasselbe. Score. Zurück zu Chloe. Ja, der sehen nicht mehr hier. Aber hier. Max, du hast besser das Plank zurückgelegt, um das Husten zu schützen. Oh, danke. Schau ruhig, meine Eggie-Wegge. So. Keine Ahnung, was das für Konsequenzen haben könnte, weil ich das weggestellt habe, fotografiert habe. Keine Ahnung. Chloe, rufen. Yo, Chloe! Sind Sie noch bereit? Ich muss zurück zu meinem Dorf. Sind wir glücklich? Sehr glücklich. Ich habe das Geheimnis-Wegge. Ich habe das Geheimnis-Wegge. Jackpot. Kate, Nathan, und Rachel. Plus, ein paar Location-Koordinaten. David ist wie ein ein-Mann-Surveillance-Armee. Jetzt kommen wir die Hölle aus hier, bevor wir uns zerbrechen. Jetzt kommen wir nachher, was Nathan ist schweig in seinem Raum. Wir müssen uns sehr beachten. Max, jetzt ist es Zeit für Nathan Prescott, um uns zu schweig zu sein. Oh. Oh. Ich bin gespannt, wie die das jetzt anstehen wollen. Ich bin gespannt, wie die das jetzt anstehen wollen. Ich bin gespannt, wie die das jetzt anstehen wollen. Ich bin gespannt, wie die das jetzt anstehen wollen. Hallo, Herr Jefferson. Ich bin okay. Um, und das ist meine Freundin, Chloe. Ja. Chloe? Warum ist jemand so cool wie du, wie du, zu Blackwell? Ich war sehr cool für die Schule. Es ist eine lange Geschichte. In actualen Files hier. Ich kann es mir vorstellen. Ich bin auf dem Kampus, wie alles normal ist. Ich weiß. Wie schade es so, ist es, Leben muss weitergehen. Ich glaube, dass es zu viel passiert ist in meiner Leben. Auf diese Weise, Blackwell-Duty calls. Remember, ich werde die Gewinner des Gewinneres von den Alltag-Heroes-Kontest heute Abend in der Party. Also, ich hoffe, dass du da bist, um zu feiern. Even wenn ich mich nicht, dass du eine Fotos kamst. Ich verstehe deine Gründe. Du kannst nicht einen Artist zu arbeiten. Ich fühle mich totaler, aber es war eine schwierige Woche, um zu fokussieren. Keine Worte. Ich bin stolz von dir, dass du so viel interessiert hast, um ein Freund zu verabschieden. Und ich bin froh, dass du viel Zeit hast, um deinen Weg zu finden. Nur, in der Wettbewerb zu stellen, um deine Arbeit zu finden. Danke, Herr Jefferson. Ich werde definitiv da heute Abend sein. Ich auch. Ich werde Max' Date sein. Du besser mit uns mit uns, zumindest mal eine Minute. Keine Ahnung, dass du mich mit uns sehen kannst. Plus, du wirst nicht sehen, den alten Hipster zu versuchen, um die Kinder zu verabschieden. Ich habe ein wenig Glück. Ich werde dich sehen. Ja, du wirst. Ich werde dich für die Lehrer. Rose, du bist aus dem Kontrollen. Nichts. Nur warten, bis zum Rager heute Abend. Oh, shut up. Keine Ahnung, weil Mark Jefferson denkt, ich bin cool. Ich bin so ignorierend. Okay. Seit ich hier bin, ich will sehen, ob ich ein bisschen Dirt von Justin verabschieden habe. Ich habe ihn nicht mit ihm in ein paar Zeit. Das ist ein tolles Plan. Let's see if I can find out, where Nathan is. Nathan, Rick, okay. Hier, komm mal. Principal Wells was so loaded the other night here. Genau, das war er hier. Da muss man so ein bisschen vorbeischweichen, teleportieren. Okay. Daniel. Poor Daniel. Looks like he needs a hug. Hey, Daniel. You look bummed out. Are you all right? Hola, Max. I just figured out that my photos basically suck. I'm a wannabe artist. You're not here to be a photographer. That's my gig. Look at that sketch you did of me. Incredible. And that's your art. Your gift. I do feel better now. You are good, Max. Have you talked to anybody about what happened with Kate? I don't talk to anybody, Max. But, oh, I did actually have a conversation with Brooke. She was very sad about Kate. So am I. And angry. We should stop going to class and stage a protest. But that's not going to happen at Blackwell. Yet. I like this revolutionary Daniel DaCosta. Only if I can start the revolution from my sketchbook, Max. By the way, have you seen Nathan Prescott? Oh, I heard a rumor. He's actually suspended. Yeah, but he's still got to be on campus. That explains why he looks so pissed off when I saw him leaving campus a few moments ago. Oh, moment. What are you doing? Can I just... So, Nate? Are you going to the end of the world party tonight? It will be if I go, man. People here push me into lockers. Not dance floors. That's exactly why you should go to that party. We have to stand up to these Blackwell bullies for Kate. You won't be alone, Daniel. Not with you to back me up, Max. Oh, damn it. I will go to the party like it is the end of the world. Okay, maybe I won't go, but... No, I won't do that, but... I'll go. Let's talk later. Okay, Daniel? Good. Nathan is not around. I should go back to Chloe. Let's go back to Chloe. Let's go back to Chloe. I would like to see the other answers. I would like to see the other answers. Question. Hey, Daniel. You look bummed out. What's up, Max? You're not here to be a... I do... I mean... I don't know. I don't know. I don't know. so am i we should stop i like this revolution only if i can are you going to that's not gibt es okay die andere antwort die kriegen wir nicht raus dann muss man vielleicht eine andere hergangsweise vielleicht anwenden und so was so long since i've seen you because you're way too cool for us now chloe i can tell that justin is really into chloe die passen auch super zusammen das zwei die sind hier passiert okay phew good thing i didn't let chloe take that money from principal wells my sweet kate so das ist so heftig i had to clear away another batch of dead birds today makes me mad that's cool to see that samuel's not alone for once i think everything is changed how are you doing max been a tough week i know yes it has samuel how are you sad and confused like everybody else in arcadia bay you look like you have a lot of questions too i definitely have questions about what's happening to the animals in arcadia bay oh many do these poor creatures have no choice in what happens to them well i'm glad to see your squirrels are still healthy and happy on the campus me too if something happened to them oh not as long as you're here to take care of them samuel the only thing that calms them is food lots of food which reminds me that i have to feed them now as a scientist i'm fascinated sorry to bother you again samuel there's no bother here max more questions than answers samuel is always here to talk blackwell is so sad and quiet since kate blackwell is so sad and you can tell that the campus is different now and you reached out to her when everybody turned away it could have gone either way samuel do you think that we each have a destiny yes i do max in many different lifetimes of course kate marsh believed in something different so that's her destiny i believe you kate just needed some more helpful spirits like her friend max i hope she finds them now do you ever talk with david madsen he talks to me i listen that's how david operates he sees things not people but i i think he sees you max why do you say that because you both see with cameras i think you have better vision than both of us no max i just look at everything from a different angle have you seen nathan prescott around that would be hard since he was suspended he deserved it and more samuel tries not to judge people but nathan shouldn't be here maybe he's supposed to be here though what do you really know about him not enough to help you max i truly wish i could i see what you're doing i still have a million questions about what's happening to arcadia bay that must be why miss gant says you're one of her favorite students at blackwell i'd rather be in her class than the vortex club yes you would the rachel saw right through them she's not the only one nobody should be trapped in the vortex club get out now max while time is on your side i keep thinking that rachel amber has a few answers if we can find her if rachel wants to be found do you think she's alive she'll always be alive in our hearts sometimes that's all we have left but max all i can tell you is to stay on your path and you'll find what you're looking for rachel amber is waiting too even though miss grant likes me i have zero science skills to explain that eclipse as i was just saying to her that's because science has no explanation no offense to miss grant here but this is just the beginning beginning of what oh i don't believe anything ever ends especially time that's why i can sense something bigger is coming to arcadia bay and max i don't like it at all i definitely have questions about what's happening to the animals in arcadia bay oh many do these poor creatures have no choice in what happens to them what do you think about all those dying birds samuel had to bury dozens near the tabanga is that cool with the tabanga we'll find out if the souls of the bird move on not we can prove it it's so ominous unless it's fate then it doesn't matter how can anybody explain all those poor beached whales my dad was a fisherman and he'd take me out to hear the whales sing now they they just cry do you think this is some kind of eco disaster or i think it's more than that somebody is causing all this to happen you think so samuel you and arcadia bay are connected by time and tired so next time i have a question i'm coming to you i'm sorry i better get going now grant i'm very worried arcadia bay is scared too mrs grant looks interested in whatever samuel's saying not to mention poor kate marsh fight and thank you